Das Bilirubin ist ein gelbes Abbauprodukt des Häm-Anteils des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin und damit ein Gallenfarbstoff. Rote Blutkörperchen leben etwa 120 Tage, danach werden sie in Leber und Milz abgebaut. Aus Häm, dem roten Blutfarbstoff, der beim Abbau anfällt, wird über Zwischenstufen die gelbliche Substanz Bilirubin gebildet. Täglich entstehen so ca. 300 mg Bilirubin im menschlichen Organismus, davon rund 70% aus dem Abbau gealterter Erythrozyten, also roter Blutkörperchen, der Rest aus dem Stoffwechsel anderer Hämoproteine, überschüssig gebildetem Hämoglobin oder aus Vorläuferzellen im Knochenmark. Bilirubin ist gut in Fett, aber sehr schlecht in Wasser löslich, es ist somit lipophil. Zum Transport im Blut muss es deshalb durch eine lockere, nicht-kovalente Bindung an Albumin, ein Bluteiweiß, gekoppelt werden und wird dann unkonjugiertes oder indirektes Bilirubin genannt. Bilirubin kann auch eine kovalente, also feste Bindung mit Albumin eingehen. Diese Form wird dann als Delta-Bilirubin bezeichnet. Unkonjugiertes Bilirubin wird anschließend in der Leber an Glucoronsäure gekoppelt und in dieser wasserlöslichen Form als konjugiertes Bilirubin bezeichnet. Konjugiertes Bilirubin und Delta-Bilirubin werden zusammen als direktes Bilirubin zusammengefasst. Direktes Bilirubin kann mit der Galle in den Darm ausgeschieden werden. Etwa 20% des in den Darm abgegebenen Bilirubins werden nochmals aufgenommen. Der Hauptanteil dagegen wird mit dem Stuhl ausgeschieden. Ein geringer Teil des resorbierten Urobilinogens wird über die Harnwege eliminiert. Bei Leberfunktionsstörungen werden diese Produkte vermehrt über den Urin ausgeschieden, welches man als Bilirubin-Uri bezeichnet. Hohe Konzentrationen an Bilirubin wirken toxisch. Der Normalwert des Gesamtbilirubins im Serum liegt unter 21 µmol pro Liter bzw. 1,2 mg pro Dezilliter. Ist der Serum-Bilirubin-Spiegel erhöht, welches man als Hyperbilirubinämie bezeichnet, kommt es zu einer Gelbsucht, also einer Ablagerung des Bilirubins in der Haut, auch als Ictorus bezeichnet. Bei ausgeprägter Hyperbilirubinämie verfärben sich durch die massive Einlagerung ins Gewebe schließlich nahezu alle Organe gelb. Je nach Ursache und Art des angestiegenen Bilirubins gibt es auch andere Symptome wie zum Beispiel Hautjucken. Bei Morbus Meulengracht beispielsweise kann durch eine Abbaustörung des Bilirubins eine Gelbsucht fast ohne Krankheitswert entwickeln. Auch eine Cholestase, also Rückstau von Gallenflüssigkeit durch Gallensteine oder andere Hindernisse in oder an den Gallenwegen kann zu einer Erhöhung des Bilirubinwerts führen. Bei Neugeborenen ist ein erhöhter Bilirubin-Spiegel normal, da das fetale Hämoglobin abgebaut wird, die Leber noch nicht voll arbeitet und die Ausscheidung noch nicht ausreicht. So kommt es bei etwa 60% zu einer neugeborenen Gelbsucht. Aufgrund der noch nicht vollständig ausgereiften Bluthirnschranke kann es bei überschreiten alters- und gewichtsabhängiger Grenzwerte auch zu Entwicklungsstörungen aufgrund eines Kernektoros kommen, weil es zu Ablagerungen in den Basalganglin im Großhirn kommt. Das in der Haut abgelagerte Bilirubin kann mittels Fototherapie zum wasserlöslichen Lumi-Rubin umgewandelt und so ausgeschieden werden. Auch der Abbau der Inhaltsstoffe von Medikamenten in der Leber kann zu Erhöhungen des Bilirubin-Spiegels führen.